Willkommen zurück zu The Wolf Among Us, Leute. Wir sind immer noch hier im Shepard Metalworks und, äh, ja, die blöde Bloody Mary ist uns auf den Fersen, beziehungsweise wir jagen sie, aber ich hab das dumpfe Gefühl, die ist ziemlich gut, ziemlich schnell, und sie jagt eher uns, die blöde Kuh. Jetzt werde ich auch langsam zum Wolf hier. Ich glaub, wir müssen aufpassen, dass sie uns hier nicht runterschmeißt. Ey, ich drück doch X! Ja, geht doch. Ach, die kann sich auch verwandeln. Boah, wie sieht die denn aus? Oh, oh. Ich sollte vielleicht keine Screenshots machen, wenn ich gerade kämpfe. Okay. Die ist so biestig. Echt. Aber auch echt flink und stark. Und sieht echt nach einer typischen Bloody Mary aus, wie man sie sich vorstellt. Und unser Wolf wird schon wieder zum Wolf. Aber ich hab auch Angst um ihn wegen der Silberkugeln. Wie, zweimal, viermal, fünfmal? Was? Was ist das für ein Hexenzauber? Was ist das für ein Hexenzauber? Oh, oh. Was ist das? Scheiße! Scheiße! Big, big, mach was! Wow! Wow, cool! Echt! Wie viele noch? Und warum hilft ihm keiner? Ja, genau! Ja, genau! Ja, genau! Ja, genau! Das ist der Hammer gewesen! Was hat der denn drauf? Der ist ja cool, der Typ! Der große, böse Wolf! Tja, das staunste was, krummer Mann! Jetzt wird's schwierig! Das ist der Plan! Du redest jetzt mit mir! Sei dir da nicht so sicher! Sag es mir jetzt! Das wirst du nicht erleben! Warum würdest du das wollen? Ja! 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 Ich glaube, Georgian, was bist du dann? Ja! 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 Jaaa Okay, gehen wir? Wieso wir? Du gehst nirgendwo hin. Okay, gehen wir. Oh, wir können ihn jetzt angreifen, dann... Oh, wir werden bestimmt getroffen. Wir haben The Crooked Man verhaftet. Witching World Chamber, The Woodlands Building, Early Morning, Frühmorgen. Wir sind wieder zurück? Er hat es mir nicht leicht gemacht. Sehe ich etwa nicht okay aus? Mir geht es gut. Er hat es mir nicht leicht gemacht. Ach, sie mag ihn echt. Jaaa, das hat sie schon öfters erwähnt. Ja. Ja, was du wirst? Du hast Lili. Sie war meine SISTER. Wie können Sie? Wo sind Sie? Wo sind Sie? Sie denken Sie haben das Recht zu tun? Sie denken Sie haben das Recht zu tun? Sie sind ein fucking Krook. Das ist ein fucking Scheiß. Jeder? Ich habe Ihre Aufmerksamkeit. Danke, dass wir hierher kommen. Ich weiß, dass wir normalerweise eine formelle Höhung machen würden. Aber um die Umstände... Ich dachte es besser, wenn wir das so schnell wie möglich machen. Der Crooked Man ist mit dem Mörder... Als ich bereits Ihren Sheriff informiert habe, es war Herr Georgie Porgy, die die Frauen töten, nicht mich. Was? Es war Georgie? Um Georgie habe ich mich gekümmert. Du hast den Befehl gegeben. Ja. Am Ende hat er gelitten. Er steckt nicht dahinter. Keine Sorge. Am Ende hat er gelitten. Wie wäre es, wenn ich dich stattdessen töte? Gut, dann los. Lass sie ausreden. Gut, dann los. Gut. 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 Das ist nicht so, wie es funktioniert. After die resten der Krimen sind durchgebracht, dann werden Sie eine Möglichkeit, zu defendern. Aber nur dann. Wenn Sie sagen. Sie sind mit der muerte von Faith und Lilly, von Georgie eine wenigenvastischen function des Juden Du bist zuständig mit Frau, von Friedhelm... Jungen ohne Fable Towne gegen DanielleDe Zwick mín ouir von Sheriffensüttebrückchen. Das Deathrug mit der L unprecedented управität... destact vor Gegens don dois, Bis Souden ätด Leै何 Einmal mit Schacher zu bewiefen die Stillealt aus der Pfadeliê actframe. Mit Kam아서 aus der Pfadeliere Anстаfer bodies Und dich wie ein haulasser Arsch von dem Crane entführt. Lasst ihn sprechen. Du willst eine Chance zu sprechen? Wir gehen. Was? Wir alle wissen, dass er schuldig ist! Was für die Böse muss er sprechen? Der Kröckige Mann hat gegen diese Regierung verletzt, und, sehr wichtig, ihre Bürgerinnen. Diese Anzeichen, wenn beobachten, sind genug, um die Todesfälle zu verletzieren. Auf dem, dein Körper wird verletzt nach der Witching Welt. Wo es überhaupt gehört! So, wir haben dich eine Chance zu verletzen. Und ich werde dich nicht verletzen. Was? Was? Ja, sehe ich auch so. Außerdem glaube ich, dass schon wieder mehr dahinter ist. Es ist immer mehr dahinter. Und in diesem Fall bestimmt wieder auch. Warum ist er jetzt, hat er keine Handschellen mehr? Du hast es versucht, du redest nur eine Scheiße. Georgie hat etwas anderes gesagt. Es war eine Falle. Das würde ich nicht Hilfe nennen. Ich wurde angegriffen. Du kommst besser zum Punkt. Ich denke, du hast genug gesagt. Sie wollten dich nicht beschützen. Du kommst besser zum Punkt. Ich hoffe, du gehst irgendwo mit diesem Punkt. Ich verstehe, du willst genau zu den Punkt. Ich mag das. Lass mich das zu Ihnen erklären. Meine Arbeit sind nur das. Hired help. Ich sehe, einige von ihnen sind hier bei dir. Sie sind nicht meine Schlaven. Sie sind alle frei für ihre eigenen Entscheidungen, wie Georgie war. Was über Lilly? Sie war nicht frei. Sie war nicht gezwungen. Sie war wirklich nicht so, dass sie wirklich... dass diese Mädchen ihre Leben so wie das? Ich entschuldige, Holly. Ich entschuldige, dass deine Freundin mich für Hilfe hat und ich entschuldige, dass ich gegen meine bessere Entscheidungen gezwungen habe. Genau. Und du hältst sie in der Schuld, damit sie nicht verlassen können. Ja. Das ist das, was du mit uns gemacht hast. Wie du uns alle in der Lage hast. Du verletzt, es war nicht ich, die dich in diese Position. Du bist alle, wie ich einen typischen Tyrant bin. Wir haben niemanden im Stich gelassen. Schieb uns das nicht in die Schuhe. Das war Crane. Crane. Crane war derjenige, die dieser Stadt dieses würden zu den Küchen фильма fahren. Der Typ, der in deine Schuhe, heisst du? Die Säge! Und wie auch Archie Greenleaf? Ihr Geschichte ist nicht unkommige. Sie hat alles τη, was sie hatte, nach den Familienkamen. Alles, was wütend ist. Das, was nicht mehr angeht. Sie kamen mit mir an mir vor. Und was habe ich für dich gemacht? Versuch nicht, es zu manipulieren, es nur hat einen Fehler gemacht. Es ist nicht Snows Schuld. Wir haben ein paar Fehler gemacht. Ich habe ein paar Fehler gemacht. Wir haben euch nicht in Schwierigkeiten gerufen. Wir werden es besser machen. Wir versuchen, euch zu beschützen. Er hat uns Faith und Lily genommen. Wir beenden das jetzt. Keiner von euch war ihm wichtig. Schwierig. Schwierig. Es ist genau so, jemand würde sterben. Du glaubst wirklich, dass der Krookend Mann dich interessiert? Er interessiert nur deine Geld. Er interessiert auch deine Obedienung. Sieht schlecht aus für The Crooked Man. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. The sentiment is surely appreciated, Miss White. But it doesn't disguise the fact that these accusations are completely unfounded. The sheriff simply doesn't have a particle of evidence linking me to the murder. Georgie was working for you. Bigby got a confession that nobody heard. Now, I'm no barrister, but I think such a statement would carry more weight if Bigby weren't the only one, to whom Georgie spoke. Was ist mit deiner Vergangenheit? Du kannst dich nicht herausreden. So, are we done? And what about your history? All you've done to this fucking town? What do you mean, there's no evidence? Maybe, maybe he's... I mean, this doesn't feel right, how we're doing this. Of course it's right. This man tormented all of you. For profit. Georgie killed them. Let me just make sure I understand you. You're trying to say, that I'm responsible for what Georgie did, because he was working for me at the time, yes? Yes. Yes. Of course. Yeah, du bist verantwortlich. Worauf willst du hinaus? Where are you going with this? If I'm to blame for Georgie's mistakes, shouldn't Miss White be held accountable for Bigby's actions as well? Like what? How about the way he treated poor Tweedledee, when he was in your custody? He was beaten to mashed apples while under your watch. Under my watch? Maybe he's right. Do you think we all just let that go? You can't be serious. That was different. You think you shouldn't be held accountable? Snow had nothing to do with it. We all thought she was dead. Besides, Crane was still Deputy Mayor when that happened. Right before you decided to kidnap him. It was for his own protection. Oh, you're right dear, Crane was in charge. Sometimes it's hard to tell the difference. That's enough. So, you won't answer for your employees' behavior, but I must perish for mine. This is completely different. We all... I did not order those two girls dead. It's simply never happened. Georgie killed Faith and Lily. End of story. They want to scapegoat me for their own tangled ends, but they refused to answer for their own crisis. Is it right? Oh please. This isn't the point. This isn't the point. We're dealing with them after we deal with you. Listen, I know... The laws apply when we need them. Everyone calm down. This isn't the reason we're here. To home. This is how it's always been. This is what I'm talking about. We lashed our ropes to this disease world. And ever since, which one of us has been there for you? Who filled your lives with the promise of more? Who was there while they idly played in their towers? Judging you. Treating you as mindless children. Too stupid to command your own destiny. Without me? Who will pay your rent when you're on the verge of eviction? Who will dare challenge their brutality when it leaks to our dear citizens? Who will protect you from the big bad wolf? Who will be the... Bigby! Miss White! Excuse me, dear. I... I wanted to make sure I had the chance to say something. Why don't you take a moment to catch your breath a little while... What's she doing here?